Hör mir mal zu, Junge. Du hast in dir das Potenzial, etwas Großes zu erschaffen, aber du stehst dir verflucht noch mal immer selber im Weg. Steh zu deinen Werten, egal wie aussichtslos dir die Situation erscheint. Und wenn die Zeit kommt, wirst du derjenige sein, der dort steht und ihnen zeigen wird, wer Recht hatte, auch wenn jeder dich zuvor verleugnet hat. Und eines Tages, kannst du das schon hören, werden wir als Sieger dastehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr denkt, ihr seid sicher. Das seid ihr nicht. Das ist es die erste Rundfunkgeiste. Das ist die erste Rundfunkgeiste. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020